Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 62 Cent, also wieder ein wenig nach unten gegangen hier, beziehungsweise 0,5 Prozent, das ist eigentlich alles noch im normalen Bereich. Wir sind gerade hier recht ausgeglichen vom ganzen Markt her, 32 Gewinner, 34 Verlierer und Bitcoin nach wie vor sehr stabil über den 68.000, hat also immer noch das Potenzial, das All-Time-High ziemlich schnell zu erreichen, wenn dann die Zeit passenderweise gekommen ist. In der Zwischenzeit habe ich aber einige super Kracher-News hier für uns heute wieder, und zwar von Jack de Rippler, einmal zum Thema Web3-Bankenlandschaft, denn die sehen wir hier einmal und da sehen wir ein ziemlich schönes Foto, das jetzt eben veröffentlicht wurde, und zwar wie die verschiedenen Banken in Sektoren eingeteilt werden, beziehungsweise in welche Kategorien man sie eigentlich einteilen kann. Es geht auf der einen Seite hier unten los mit Legal Advisors, also quasi Rechtsberatung in jeglichem Sinne, danach haben wir dann die Technologie-Provider, die auch auf diesen Legal Advisor natürlich bauen, also auch Ripple, Ledger, Metaco, Taurus und so weiter, all diese Firmen brauchen logischerweise auch diese Beratung von Anwälten, von irgendwelchen Gelehrten, einfach in dem Bereich, damit sie auch immer compliant sein können. Wie das sonst endet, haben wir auch gesehen bei anderen Coins, und Ripple ist ja auch aktuell noch in einem Rechtsstreit, also konnte dadurch auch leider nicht verhindert werden, muss man ganz klar sagen. Und darüber sind dann die Fintech-Firmen, also die, die finanzielle Dienstleistungen in any way anbieten, wie zum Beispiel da oben Kraken, ist eine Börse, die man kennt. Danach geht es dann weiter mit den Digital Asset Banks, also die Banken, die sich spezifisch für Kryptowährungen entsprechend gebildet haben, wie zum Beispiel Bitcoin Swiss. Und dann ganz oben haben wir nochmal die traditionellen Banken, die wir bereits kennen, wie zum Beispiel Raiffeisenbanken oder PostFinance, und die sind quasi dann auch ganz oben an der Spitze mit dabei, haben dann aber eine recht zugespitzte Zielgruppe, würde ich einfach sagen, aus dem Grund, dass da einige Leute auch bei Banken ihr Geld anlegen, die halt gar nichts mit Kryptowährungen zu tun haben wollen. Aber das fand ich einfach sehr, sehr interessant. Und anhand dieser kleinen Eindrücke hier kann man ja auch sehen, welche Namen da eine Rolle spielen, beziehungsweise welche da vielleicht oben auch schon mit dabei sind. Natürlich erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das geht ja sowieso nie, aber trotzdem glaube ich hier, dass Ripple, Metaco, auch Ledger und auch Taurus hier alleine schon eine gewisse Grundlage bieten, die für die ganze Industrie in Zukunft fundamental sein wird. Und das ist einfach sehr, sehr bullish aus meiner Sicht. Und dann geht es weiter mit einer Nachricht, die ich heute zumindest gar nicht erwartet hätte, und zwar das Thema Automated Market Maker. Denn der Automated Market Maker Vote ist jetzt endlich durchgewunken, das heißt, wir sind jetzt hier bei 82% und 29 Ja-Stimmen. Es gibt nur noch neun Leute, die das Ganze ablehnen, aber die können uns erstmal getrost egal sein, denn das ganze Update wird jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen live geschaltet. Das heißt, ziemlich genau am 22. März um 8 Uhr morgens, glaube ich, wird es dann hier für uns soweit sein. Wenn sich da nichts mehr dran ändert, dann werden wir das entsprechend auch an dem Tag dann hier ausführlich im Video behandeln. Deswegen könnt ihr jetzt schon mal den Kanal eben abonnieren, um dann in zwei Wochen nichts mehr zu verpassen. Und weiterhin werden wir natürlich hier einige Leute sehen und Projekte auch, die sich bereits auf das ganze neue Feature eingestellt haben, die in dem Bereich schon Guides veröffentlicht haben, generell ihre UI und so weiter umgebaut haben. Also all diese schönen Updates werden wir jetzt in den nächsten Tagen hier sehen können. Und die Frage ist aber trotzdem, und da bin ich mir nicht ganz sicher, warum das wirklich so ist, und da bin ich auch ein bisschen frustriert, genauso wie der Krippenreiter hier, wo er sagt, hey, das ganze Object-Thema, also eigentlich wurde der Automated Market Maker ja verschoben aufgrund von einem Bug, der erst noch gefixt werden sollte. Und ja, auf einmal war es anscheinend ja doch nicht mehr so wichtig, diesen Bug zu fixen. Also warum haben wir überhaupt zuerst so gewartet? Warum hätte man es nicht einfach gleich durchwinken können? Also ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht hat jemand einfach seine Entscheidung beziehungsweise seine Meinung da einfach geändert. Ist ja auch okay. Am Ende ist es, wie es ist. Und deswegen werden wir jetzt hier bald den Automated Market Maker Go Live sehen. Das heißt, neue passive Einkommensmöglichkeiten und auch in dem Fall real passive income, also nicht einfach irgendwie so Node-Ponzi-Schemes und sowas hier, sondern wir haben tatsächlich richtige Utility, die dann auf dem XRP-Ledger aufgesetzt wird und wo dann die Leute eben dran partizipieren. Beispielsweise Anodos Finance ist bereits hier schon ready. Sie haben ja auch schon einen Swap-Mechanismus eingebaut und können dann in Zukunft den Automated Market Maker gut verwenden. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Also hier bei 82%, 22. März, 8 Uhr geht es dann live. In dem Zusammenhang wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen, niemand behauptet übrigens, dass jetzt der Preis ab dem Automated Market Maker Zeitpunkt direkt in die Höhe schießt und auf einmal bei 10 Dollar ist oder sowas. Also das bitte nicht in die Kommentare schreiben, wenn wir in zwei Wochen das Go Live sehen und dann der Preis nicht bei 10 oder 100 Dollar ist und dann alle Leute sagen, ja, jetzt ist der Automated Market Maker da, aber wir sind ja noch gar nicht to the moon. Nein, das wird natürlich nicht an dem Tag passieren, offensichtlich. Das heißt also, da bitte ein wenig die Erwartungen zügeln, logischerweise. Aber der Automated Market Maker wird aus meiner Sicht hundertprozentig langfristig dazu führen, dass der Preis stärker ansteigt, als er es ohnehin tun würde. Und in dem Zusammenhang gibt es auch eine spannende Diskussion und zwar um das Thema Liquidität auf dem Automated Market Maker beziehungsweise dem XRP Ledger. Denn die Frage ist hier von TheRef of Caneman, wenn dezentral, also auf einem Decentralized Exchange, jetzt mehr Liquidität liegen würde als auf einer zentralisierten Exchange, wäre es dann ein Anreiz dazu, dass die Centralized Exchange sich dann an die DEX quasi ankoppelt, also dass sie dann auch auf die Liquidität zugreifen, die auf dem Automated Market Maker verfügbar ist? Das ist eine gute Frage. Ich denke aber eher tatsächlich, dass das Ganze eine Art Konkurrenzdenken entfachen könnte, wo dann das Centralized Exchange ein wenig mehr von ihrem eigenen Geld vielleicht in die Liquidität von dem XRP und dann USDT Handelspaar auf deren eigenen Seite pumpen möchte, einfach um quasi konkurrenzfähig zu sein. Denn offensichtlich, wenn es günstiger ist zu handeln auf dem Decentralized Exchange und sogar noch einfacher, sicherer und schneller, dann würde ich definitiv das bevorzugen. Und deswegen sollten die zentralisierten Exchanges natürlich alles dafür tun, dass sie so sicher, schnell, effizient, günstig und so weiter sind, wie es nur geht. Und ich glaube, deswegen Konkurrenz belebt so ein bisschen den Markt hier und in dem Fall kann das sehr, sehr positiv werden, dass sie sich so ein bisschen überbieten wollen, jeweils gegenseitig. Dann geht es weiter mit dem Australia Policy Summit. Das Ganze wird am 20. März stattfinden, diesen Jahres. Und da sehen wir hier einmal größere Firmen und CEOs involviert. Und unter anderem sehen wir hier bei The Future of Digital Currency auch Circle mit drin. Genauso wie Ripple hier dabei ist. Das heißt, wir haben hier einen schönen Talk zwischen Ripple und Circle. Andere Firmen, die wir bereits kennen, wie zum Beispiel Novati, ist ebenfalls dabei. Auch der CEO von der Blockchain Australia ist auch dabei. Also da wird es einen großen Talk entsprechend geben. Und diese Verbindungen sind definitiv nicht zu verkennen. Also USDC, Circle, die Firma, die den ganzen Coin rausgibt. Ripple, die den Coin XRP quasi rausgibt, in ganz dicken Anführungszeichen, beziehungsweise damit assoziiert wird eigentlich. Und deswegen denke ich, das Ganze wird ein schönes Event, wo wir auch ein paar News wieder finden werden. Das Ganze ist ja auch nicht mehr lange hin, also zehn Tage noch. Falls ihr da irgendwie zufällig lebt, könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen. Aber ich berichte natürlich wie immer hier auch von meinem Schreibtisch zu Hause aus. Dann geht es weiter von SmokeDog. Und er hat hier einmal ein ziemlich schönes Zitat und zwar von Morgan Stanley beziehungsweise aus dem Morgan Stanley Research Report. Also ein Bericht, bei dem es darum geht, was gerade so in der Kryptowelt los ist oder generell im Finanzmarkt los ist. Und hier haben sie tatsächlich auch viel über Kryptowährung gesprochen. Einmal über die Energieeffizienz und natürlich auch über Bitcoin. Also in dem Verhältnis hier XRP-Gegenüberstellung zu Bitcoin. Was jetzt hier leider ein bisschen sehr klein gehalten ist, hat aber trotzdem eine große Aussage. Und zwar XRP ist energieeffizienter als Bitcoin, was jetzt zwar die wenigsten von euch, die hier schon länger zuschauen, irgendwie überraschen sollte. Aber man darf nicht vergessen, wir sind hier eine ziemlich kleine Blase an Leuten, die sich halt intensiver mit dem Thema XRP und digitalen Währungen, Geld verdienen online und so weiter irgendwo befassen. Und andere Leute, die haben davon eigentlich noch gar nicht so richtig gehört. Also ihr könnt ja einfach mal so ein bisschen auf der Straße rumschauen und einfach mal so überlegen, hey, könnte diese Person jetzt XRP und Bitcoin kennen? Bitcoin vielleicht noch. Aber bei XRP wird es wahrscheinlich schon eng. Und geschweige denn, dass irgendwelche Leute Konsensfindungsmechanismen verstehen und sagen, ah ja, ist doch voll logisch. XRP ist ja viel energieeffizienter, weil einfach der Konsensfindungsmechanismus anders funktioniert als bei Proof of Work wie bei Bitcoin. Ja, das wird wahrscheinlich sehr selten zu finden sein, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen finde ich, dass solche Berichte hier definitiv weiterhelfen. Also auch wenn sie jetzt so ein bisschen das Offensichtliche quasi aussprechen. Dann gab es ein paar Beförderungen und zwar haben wir hier die beiden sogenannten Rippler, wie sie sich selbst nennen und wie Ripple sie auch nennt. John Billig und Merrill Kelly. Und diese beiden Personen sind jetzt hier beispielsweise Chief Financial Officer und SVP People and Places. Offizier oder wie man das nennt, Präsident, Senior, Vice President geworden. Also einfach ziemlich schöne Beförderung, muss man ganz klar sagen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das Team auch in Zukunft die Lücke, die die beiden halt quasi hinterlassen werden, in den unteren Plätzen entsprechend auch auffüllen wollen. Finde ich sehr cool. Und Brad Garlinghouse hat auch nochmal geschrieben hier, sie haben definitiv die Messsatte angehoben, was es bedeutet, ein Rippler zu sein. Ich fand einfach dieses Wort auch ziemlich lustig. Auch wenn ich nicht bei Ripple arbeite, was mir ja manchmal auch vorgeworfen wird in den Kommentaren, finde ich zwar lustig, aber nein, ich arbeite leider oder zum Glück nicht bei Ripple. Aber ja, ich sehe mich auch zum Teil als Rippler. Ich glaube, ihr teilweise auch. Einfach auch aus dem Grund, dass man mit Kryptoanarchist nicht so ein lustiges Wortspiel hier machen kann. Aber naja, so ist es halt eben. Dann geht es weiter mit Ripple, Mastercard und Abu Dhabi. Denn Ripple beziehungsweise Mastercard haben einen gemeinsamen Partner und zwar die Abu Dhabi Bank. Und die haben jetzt eine langfristige Partnerschaft hier schließen können. Und das Ganze haben sie hier nochmal ordentlich veröffentlicht. Natürlich sind Ripple und Mastercard jetzt nicht gleichermaßen involviert. Sie haben nur quasi den gleichen Partner. Also deswegen ist das jetzt auch nicht hier die Kracher-Kracher-News, sondern erstmal nur eine weitere Verbindung, die sich hier zieht. Es geht um langfristige Kollaborationen in dem Bereich Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, also in der EEMEA-Region. Schreibt mal in die Kommentare bitte in Lautschrift, wie man das cool aussprechen kann auf Englisch. EMEA-Region. Naja, zumindest haben sie hier entsprechend ein paar Verbindungen knüpfen können. Finde ich definitiv cool. Es geht natürlich auch um das Thema AI. Gar keine Frage, das ist immer mit dabei, aber lasst mich gerne mal wissen in den Kommentaren, was ihr da zu diesem Thema hier denkt. Dann geht es weiter von Mr. Man und hier haben wir einmal eine Verbindung zu Stellar, also XLM. Ist natürlich sehr offensichtlich, dass es eine Verbindung zwischen XRP und XLM gibt. Alleine schon der Founder von XLM ist ja ehemaliger Ripple-Mitarbeiter beziehungsweise sogar quasi der Gründungsvater des XRP-Token auch und deswegen verwundert es mich 0,0, dass auch die Infrastruktur recht identisch ist, aber da XLM tatsächlich mehr auf diesen technischen Aspekt setzt aus meiner Sicht, während Ripple mehr so auf diesen Business-Aspekt setzt, finde ich es schon interessant zu sehen, was eigentlich Stellar beziehungsweise XLM in der Zwischenzeit baut, in der wir hier täglich über ja quasi Realwelt-Anwendungen und Bankenwesen und so weiter sprechen, was ja normalerweise gar nicht so richtig XLMs beziehungsweise Stellars Thema ist, aber wir haben hier eben die verschiedenen Ansätze, die Stellar auch verfolgt und zwar nämlich dieses ganz normale OSI-Schichten-Modell, die Nerds unter euch kennen das noch aus der Schule vielleicht, also es gibt ja halt diese verschiedenen Schichten, wie die Software quasi funktioniert und ich glaube, die letzte Schicht ist ja diese Bit-Übertragungsschicht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe und Layer 8 oder 7 ist dann hier die Application Layer, so irgendwie in der Richtung und deswegen finde ich diesen Ansatz eigentlich auch so interessant, denn Kryptowährung fokussiert sich meistens so eher auf einen Aspekt, dass man zum Beispiel sagt, ey, wir sind meistens irgendwie Infrastructure beziehungsweise Network Layer, aber manche Coins wollen auch in dem Bereich, dass sie wirklich diese Bit-Übertragungsschicht in Zukunft halt ja, imitieren wollen und ich glaube, das ist ein spannender Ansatz, wo Ripple sich auch mal so ein bisschen orientieren kann an XLM und mal so ein bisschen rüberschielen sollte, was die eigentlich so für Ansätze fahren und ob sie da nicht auch ganz erfolgreich mit sein könnten. Dann geht es noch weiter mit Kodius und die Leute, die wirklich OG-OGs sind, die wissen, dass ich damals schon darüber berichtet habe, ist ein Projekt, was auch eigentlich auf dem XRP Ledger funktionieren sollte und wo eigentlich damals groß angekündigt wurde, ey, das wird jetzt so das nächste große Ding. Mittlerweile ist das aber leider nicht mehr so ein großes Ding und ihr habt auch logischerweise auf diesem Kanal hier davon die letzten Jahre definitiv nichts mehr gehört und das nicht ohne Grund, denn es wurde eigentlich nie irgendwie groß was daraus gemacht und deshalb haben wir jetzt hier auch den CEO von Evernote und sie haben jetzt gesagt, hier, Evernote ist eigentlich genau das, was Kodius damals wollte, aber jetzt halt eben in gut, wenn man es so böse sagen möchte, denn das Ganze war damals schon ein sehr interessantes Netzwerk, aber Kodius hat einfach nicht das gebracht, was sie erreichen wollten und deswegen mussten sie es quasi selbst aufsetzen. Finde ich auch vollkommen fair und genauso läuft das auch im Markt, deswegen sollte man da definitiv schauen, dass einfach die Netzwerke und die Projekte und Ansätze, die zwar gut sind, aber einfach nicht richtig umgesetzt werden, dann in Zukunft nochmal von einem Team richtig quasi generalüberholt werden und nochmal richtig umgesetzt werden, einfach von Leuten, die mehr Know-how haben und einfach das Ganze besser können und ich glaube, dieser Ansatz ist definitiv der richtige, wenn es jetzt darum geht, wie kann man am effizientesten ein Netzwerk skalieren, genauso wie hier Evernote dem XRP Ledger definitiv zuträglich ist, ich bin an sich Fan von solchen Projekten, einfach weil da mehr Manpower hinter steckt, mehr Manpower auf den XRP Ledger kommt und das ist immer positiv einfach. Dann nochmal ganz kurz zum Ende ein paar andere Themen, hier einmal die Auflistung von den aktuellen Notes, also hatte ich gestern schon drin, aber hier einmal noch in einer schönen Übersicht, mit welcher Version wie wo umgestellt ist, dann haben wir noch das Thema Flair Airdrop und zwar der 13. mittlerweile schon, also ein Drittel haben wir schon quasi hinter uns und den sehen wir jetzt hier, in zwei Tagen wird der nächste kommen, also am 11.3., wenn ich es richtig im Kopf habe und dann werden wir tatsächlich den nächsten Airdrop erhalten, das sind einfach Free Airdrops, die man von Flair bekommt, dafür, dass man halt Flair hält und ich denke, daran ist erstmal nichts verkehrt, wenn man eh Flair Fan ist, von daher schaut euch das gerne mal an und rappt da eure Flair beziehungsweise Delegate, die sind Free Rewards fürs Flair Halten, von daher, why not. Dann haben wir noch eine Verbindung und zwar von Kiwi Bank und ACI Worldwide, ACI Worldwide hatte ich auch letzte Woche im Video drin, einfach weil das ein großes Thema war und sie natürlich nach wie vor Ripple Partner sind, auch sehr zufrieden sind, wie sie selbst online bestätigt haben und hier haben sie jetzt entsprechend die Verbindung zu Kiwi Bank und ACI Worldwide, arbeiten zusammen. Ripple ist erstmal nur als Drittpartei, würde ich sagen, involviert, die zwar irgendwo wahrscheinlich dazwischen steht und auch irgendwann ins Gespräch kommen wird, aber jetzt aktuell zumindest akuter nicht dabei ist. Dann noch einmal der Verweis auf die XRP Rich List, das hatte ich auch schon ein paar Mal drin und Leute fragen immer noch wieder danach, ich habe so und so viel XRP, was denkt ihr, bin ich gut dabei, bin ich schlecht dabei oder wie auch immer. Erstmal will ich euch natürlich die Angst nehmen und sagen, hey, ihr müsst jetzt keine Panik bekommen, wenn ihr jetzt vielleicht aus eurer Sicht weniger XRP haltet, weil in den Kommentaren und online im Internet, da schreiben sowieso immer alle Leute, dass sie Millionäre sind und dass sie 50 Milliarden XRP alle halten und ja, weiß ich auch nicht, dass sie auch Brad Garlinghouse persönlich kennen und so weiter, alles schon gelesen und das auch unironisch und deswegen kann man hier einmal ziemlich schön sehen, welche Accounts wie viel XRP halten beziehungsweise welche prozentuale Verteilung sich dann daraus auch ergibt. Finde ich erstmal nicht verkehrt, kann man sich alles einmal schön anschauen und entsprechend hier auch die Aufteilung nochmal ziemlich schön separat. Dann noch kurz zum Schluss ein neuer Like vom Barrel Big Guy. Er hat ja insgesamt nur sehr wenig Likes, also hier 28 Sachen geliked und hier einmal 8 Sachen geliked und er hat jetzt auf beiden Accounts hat er ein Video vom Working Money Channel geliked, das ist ein amerikanischer YouTuber, der ein ähnliches News-Format hier macht quasi wie ich, noch ein bisschen im anderen Stil, aber trotzdem geht das auf jeden Fall in die gleiche Richtung und er hat eben auch hier ein spezifisches Video über das Thema Riddles gemacht, hat dafür auch einigen Zuspruch beziehungsweise hier eben auch Likes bekommen vom Barrel Big Guy himself, dem Master selbst, von daher finde ich das definitiv nicht verkehrt und könnte damit auch so ein bisschen seine Theorien, die in dem Video genannt werden, auch dann bestätigen. Und am Ende haben wir natürlich wie immer ein Fund-Vid, wie soll es anders sein, und zwar hier von Bitcoin Memes und zwar jetzt, wo Bitcoin 100.000 Dollar erreicht hat, also hat er natürlich noch nicht, aber kommt bald und dann kommt jeder zu mir und fragt nach einer Finanzberatung beziehungsweise fragt nach einem Tipp in dem Bereich und dann sage ich hier, jeder bekommt den Preis, den er verdient. Und ja, das ist tatsächlich so, das sehe ich wirklich so. Also wie viele Leute damals bei 20.000 Dollar gesagt haben, ha, Bitcoin, ha, ha, du kaufst Bitcoin, ha, du kaufst XRP bei 20 Cent, ha, bitte. Und diese gleichen Leute kommen dann natürlich immer an, wenn man bei 1 Dollar ist, bei XRP beispielsweise oder bei 100.000, bei Bitcoin und dann fragen sie, hey, ist jetzt ein guter Zeitpunkt durch Einsteigen? Ja, denkst du, das geht noch höher? Eine Million Bitcoin ist da drin? Ja, was soll man sagen? Jeder bekommt den Preis, den er verdient. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir einfach mal gerne einen Kommentar, ist eigentlich auch egal, was ihr da reinschreibt, denn das pusht immer den Algorithmus und das freut mich sehr, sehr, sehr. Von daher, schreibt mir bitte einfach mal einen Kommentar, einfach was euch so gefällt, was euch einfällt. Ihr könnt mir alles erzählen, was euch so auf dem Herzen liegt. Und ansonsten sehen wir uns spätestens, wirklich allerspätestens, morgen um 18 Uhr zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, Leute, wir sehen uns und nochmal ein richtig schönes Ciao. Ciao.